Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Wir arbeiten jetzt weiter mit Düngen auf Feld 15, ansonsten wird noch nebenbei Mais gewechselt mit normalem Helfer. Der Abfahrt ist unterwegs, wir flügen noch hier schön, ja, den Kurs haben wir nicht gespeichert, das macht aber nichts, wir werden mal ganz kurz einberechnen. Wird drei Forke Wände und scharf, ich tue immer noch vor dem Feld, Kern zeichnen. Gleich hier beginnen. Lassen. Wollen wir mal gleich zurückfahren. Können wir nicht erlauben. Noch eine Runde fahren, geht nicht. Das heißt, er muss hier weitermachen. Und zwar, dass die Lüste kommt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Gut. Und unterwegs. Dann werden wir gleich mal schauen. Noch ein Dünger. Fahrer. Und dann werde ich meine Lenkung wieder aktivieren. Zeit. Hier. Noch Zeit. So. So. Das ist meine Arbeit. Fangen wir mal nicht. Dann fahr ich da. Dann muss ich direkt losgehen. Bei mir habe ich es auf den Hügel. Ich glaube, wir retten noch hier, weil ich garantiert gleich schauen muss, dass der Abfahrer nicht schön gearmt fährt. Da würden wir nicht mehr retten. Das passt jetzt nicht so. Ja, durch keine Reifen. Pferde auch durch. So, das heißt, wir suchen kurz den Kasten. Normaler Lenkung geht noch nicht. Nach einer Trappatur. So geht dann meistens kaputt. Jetzt muss man eine kleine Erdrunde fahren. Ich möchte mal allen bedanken, dass wir die Möglichkeit eintalten. Wenn ihr Anregungen habt, Vorschläge, Kritik, immer gerne reinscheinen in die Kommentare. Ich bin ja nun gespannt auf die nächsten Tage wegen Lob Contest. Was da für schöne Sachen gibt. Ich brauche hier auch ein Beta-Mod. Oder ein CS-Mod. Den soll es ja nun geben. Was ich gelesen habe. Der Tablet-Skript, der mehr kommen sollte, wird wahrscheinlich weder kommen. Weil die andere nicht geschafft als Besten. Deshalb hast du nur gelesen. Also, ich denke mal, das ist... Können wir nach oben überraschen? Ja, wenn er nicht durchfahren könnte. Kann er nicht durchfahren. Ich versauke mich mit Mais hier vorne, wenn man noch ernten wollte. Ich bin mir mal hier. Das war's. Maschkuma Ich habe wieder einen Rahmen. Und das? Wovon eigentlich? Das ist... Sehr genau. So viel Reifen ist das, was ich hier ausfocke. Das verstehe ich aber nicht. Es ist gar nicht so schwer, dann mal hinzufahren. Neuer Versuch. Und derzeit haben wir das Kopneco wieder aktivieren. Und derzeit haben wir das Kopneco wieder aktivieren. So, dass Leute das Spiel dabei anhält. Nicht zu schön. Aber das geht nicht anders. So, dauert ein paar Sekundchen. Ich werde mich unten. So, wo ist der andere jetzt? Jünger Fahrer sehe ich gerade nicht. Ich kann nicht in der Hose fahren. Jünger. Oder ist er fertig? Glauben wir es auch nicht? Die wollen verkaufen. Wo geht die hin? Wo geht die Reise hin? Wo wollen wir es verkaufen? Zirkale, Mischgeteile ist es hier. Ah, schöne Kirchen. Ja, lecker. Das Ding hier. Bahnhof. Seid ihr da? Ich denke mal funktioniert. Das lässt sich aber sogar gut lenken. Ich muss sagen. Nicht so... Bobartig. Aber ich habe es auch nicht. Ich habe die Alkohol nicht mehr nicht. Ich habe es nicht komponiert. Kann auch ein LKW liegen. Ich habe den Hänger noch abgehängt. Ich habe den Hänger noch abgehängt. Ah, liegt am Alkohol nicht. Aber wir fahren nach links lenken. Ich kann ja nicht so... Ich habe den Hänger noch abgehängt. Dann müssen wir gleich noch eine kurze Blase für den BGH fahren. Für einmal habe ich Geld verdient. Das heißt... Ich würde nicht so... Nischt vor der Verrück. Das werden wir auch noch schwacken. Oh, die Strafe hier rum. Das Auto. Ich würde auch hinfahren. Und auch hinten rumfahren. Oh, ich habe mich hier rumzahlt. Oder auch nicht. Hoffen wir mal hinzahlt, ne? Lohnzahlung. Große Nachfrage bei Reifeigen. Ja, so viel habe ich ja nicht. So, gleich mal zu... So scheitbar zu arbeiten. Scheitbar. Ja, dann geht das. Wir fahren auf der verkehrten Seite. Aber super close. Hallo Kühe. Hallo Kühe. Ja, jetzt haben wir ihn. Wechselblut. Diage. Die zweite Füge heute. Der dritte. Der dritte. Der dritte. Der dritte Pool in dem Tappel. 18.7. Da ist jemand fertig. Mit Dünger, mit Dünger. Zwar auf L15. Und zwar gedüngt. Gedüngt. Super. So. Eins kann man noch ersparen. Die 21 wären noch am Rand bisschen Kalkner. Damit können wir leben. Ja, Sally ist bei... Verrat mir keiner, wie die Namen reinkommen. Ich weiß auch nicht. So. So. Dann fahren wir mal zurück. Wenn wir ihn lassen. Starten und nicht laufen. Wenn wir schauen, ob keiner schaut. Ab und die Wische. So. Wieder Silage. Nachschub. Jetzt sind wir gleich ein Ergerwicht fahren. das ist kein Problem kein kein auf zur BGA So, wollen wir durch den Reifen? Haben wir Glück? Warten wir mal durchgehen. Ohoho, Zeit! Ohohoho, Zeit! Ja, da bin ich frei. Geht Lenkung, Julien. Bis dann im Eck. Bis dann so rum. Da kann ich nicht mit, hier ist es... Oh, ja... Aber der hat ja auch blümmer. Die hat ja auch blümmer. Aus geht's! Das Verkaufen haben wir nicht genug recht. Also Village. Können wir ein bisschen tun. Vielleicht können wir uns... Ah, wir müssen noch rücklaufen. 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 Dann muss ja noch rücklaufen. Dann muss ja noch rücklaufen. Und wir müssen noch rücklaufen. Genau dann müssen wir yeah! Du kommst địch! Und hier kommt voll, ich bin mal. Das ist ein paar neue Traktorzeuge. Aber die Verarge. Das sind ja vorher in der Tarien. Oh, nicht. Wir machen doch gleich eine Verarge. Wir brauchen den Traktor für zu schwachen. Oder wir nehmen den großen Fendt. Und der ist auch nicht oft gedacht für Düngen. Fendt ist ein Beschlag. Der auch. Ja, da haben wir doch den nehmen. Aber wir müssen den umrüsten. Dann rüsten wir den um. Der ist ein Fendt. Der ist ein Fendt. Der ist ein Fendt. Ups, Zauberei. Er hat nicht mal gereift. So, fahre, fahre, fahre. Haben ihn schon. So lief Faller, wir schwanken in der nächsten Folge. Ich sag mal, schüss und wenn wir rumgehen. Dann sehen wir uns wieder in einer Stunde ungefähr. So wird es früher sogar. Ciao, ciao.